Na hallo zusammen, hier ist VyDeutschela und heute bin ich wieder für euren Battle for Esser unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Mount, was wir von einem seltenen Rare Mob bekommen können. Und zwar um Leisegleiter. Leisegleiter wird gedroppt von Lautlos und das ist ein sehr, sehr seltener Rare Mob hier in Nasiata. Und zwar, wenn wir da mal auf die Map gucken, haben wir hier den Korallenwald. Und hier im gesamten Korallenwald kann der eigentlich spawnen und zwar auf den Korallen obendrauf. Heißt, wenn ihr nicht gerade fliegen könnt, wird es relativ schwierig an ihn ranzukommen. Ich will euch heute in dem Video zeigen, wie ihr da hochkommt. Und zusätzlich fangen wir jetzt aber erstmal an, was hat er für eine Dropchance, wie lange braucht er bis er respawned, so die Eckdaten. Man weiß noch nicht allzu viel und zwar weiß man, dass er eine Respawnzeit zwischen 1 und 8 Stunden hat, was relativ lang ist. Es wird vermutet, man kann ihn irgendwie triggern, wenn man diese Mana Rochen unten killt. Und ob das stimmt oder ob einfach nur eine random lange Wartezeit oder Respawnzeit hat, weiß man nicht genau. Da ist noch nichts bestätigt. Auf jeden Fall, wenn ihr ihn findet, solltet ihr dranbleiben. Das ist definitiv der seltenste Rare Mob hier im Gebiet. Was hat er für eine Dropchance? Die ist auch noch nicht so 100%ig raus, liegt aber wahrscheinlich bei 1%. Ich habe ihn jetzt bestimmt schon 10 mal gekillt, auch teilweise mit 40 Mann Gruppen, habe noch keinen Drop sehen können. Heißt, die ist nicht sonderlich hoch, diese Dropchance. Dann schauen wir uns die einzelnen Punkte an. Und zwar, ich habe jetzt 4 Spawnpunkte, die ich euch sicher nennen kann, weil da habe ich den schon im Spawnen sehen, beziehungsweise umgehauen. Und 3, die ich auf WoW Head rausgesucht habe, ich weiß nicht, ob die stimmen. Ich zeige es euch aber dennoch. Also, erster Punkt ist hier unten bei den Koordinaten 54, 42, da habe ich ihn schon umgehauen. Dann bei den Koordinaten 45, 50 habe ich ihn auch schon umgehauen. Bei den Koordinaten 57, 51, dort habe ich ihn auch schon getötet. Und hier ganz oben bei den Koordinaten, was ist das, 62, 60, habe ich ihn auch schon getötet. Das ist übrigens ein Add-on hier, das heißt Handynotes, Nasjata, Tomcat Tours. Da werden die Realm Ops angezeigt und auch einmal abgehakt. Das ist ganz praktisch, falls ihr das auch runterladen wollt. Dann habe ich, auf WoW Head, ein paar Koordinaten rausgesucht, und zwar 64, 51. Keine Ahnung, ob die stimmen. 60, 47 und hier unten 58, 42. Wir werden uns jetzt die vier, die ich sicher weiß, angucken und schauen, wie wir da einmal hinkommen. Ich bin jetzt hier unten am See. Und zwar als allererstes braucht ihr dieses Item. Und zwar kriegt ihr diesen Samen hier überall in diesen Korallenwäldern her. Da hängen so Beutel runter hier. Die schießt ihr ab. Dann fällt der Samen Kokon runter. Ihr kriegt das Item, könnt es einsetzen. Und ihr habt zehn Minuten einen Buff. Okay, ich muss mir jetzt anscheinend neun holen. Wenn man den schon drauf hatte, dann, halt, ich will das Ding, dann wird der anscheinend nicht auf zehn Minuten zurückgesetzt. So, nochmal. So, zehn Minuten Buff. Ihr seht schon, was hier passiert. Wenn ich jetzt springe, dann fliege ich relativ weit nach vorne. Ist hier relativ praktisch, das zu machen. Dann kommt man nämlich hier auf diese Korallenleichte hoch. So, wir machen jetzt hier mal das aus. Shadow melden wir. Und dann laufen wir mal hier hoch. Wir wollen nämlich zu dem Spawnpunkt hier hinten, ja. Das ist über dieser komischen Pflanze. Wir laufen hier hin. An die, oh, kacke, hier an die Seite. Und drücken einfach nur dieses Springen nach vorne. Fliegen hier auf die obere Koralle. Ich habe meinen Druid-Jump nicht eingesetzt. Also ihr kommt auch ohnehin hier rauf. Oh, da ist lautlos. Oh. Ja gut, ich habe, fuck, jetzt habe ich den schon umgehauen. Und der, oh, lol. Okay. Ja gut. Also, ne, der, der Spawnpunkt stimmt. Ich mache nachher eine Gruppe im Tool auf. Aber jetzt machen wir das Video erstmal hier fertig. Dann kann den vielleicht wer anders um. Lol. Mir wird der jetzt nicht mehr auf der Karte angezeigt, weil ich den schon umgehauen habe. Okay, gut. Da, also ihr habt gesehen, lautlos ist schon mal da. Erster Spawnpunkt haben wir. Gut, jetzt gehen wir dahinter. Und zwar gehen wir zum nächsten Spawnpunkt. Das hat mich jetzt gerade richtig überrascht. Was macht denn das Viech da oben jetzt? Gut, also es wird halt nicht mehr auf der Karte als Rare angezeigt, wenn ihr ihn schon einmal am Tag gekillt habt. Oh, das hatte ich nämlich vergessen zu sagen. Den kannst du täglich umhauen. Um neun ist dann wieder quasi der Reset. Jetzt gucken wir zum zweiten Punkt. Und zwar müssen wir hier hochlaufen. Der nächste ist nämlich einmal da drüben auf der Koralle. Hier hin. Auch wieder Sprung. Und zack. Hier sind wir beim zweiten Spawnpunkt. Easy. Dann können wir quasi hier einmal weiter auf die nächsten Korallen. Ihr seht, ihr kommt mal relativ gut rüber mit diesem Sprungding. Und dann ist der nächste Spawnpunkt hier oben. Dort kommt man jetzt nicht mehr ganz so leicht hin. Dort muss man quasi einmal hier rüber das hier machen. Dann den Druid-Sprung. Also so habe ich es jetzt zum Beispiel geschafft. Also da bräuchtet ihr halt den Druid-Sprung. Ihr könnt auch den Goblin-Gleiter dann einsetzen, theoretisch. Ja. Das könnte ich noch empfehlen. Hier kann man dann hoch. Und dann dementsprechend hier noch weiter über die restlichen Korallen. Ich kann euch aber auch gleich nochmal einen anderen Weg zeigen, wie man da hochkommt. und zwar gehen wir jetzt einmal hier rum, hier rum und dann können wir auch nochmal da hochgehen. Zack. Oh, jetzt habe ich meinen... Ah, ich hätte den Sprung nicht fertig. Egal. Also so würde man auch hier auf das mittlere Ding hochkommen. Es gibt aber noch einen anderen Weg, der wesentlich einfacher ist. Und zwar kann man da hinten... Moment, wo haben wir es denn? Kann man auch da hinten mit einem Dings hochkommen? Wo ist es denn? Hier, ich glaube über das hier, über diese Koralle da langsam hochspringen. Das werden wir uns jetzt aber nachher gleich erstmal angucken. Wir gehen jetzt erstmal zu dem oberen noch hin. Denn da zeige ich euch jetzt was mit einem Item, das wir auf jeden Fall da einsetzen müssen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, da hochzukommen. Und zwar machen wir jetzt hier mal einmal Shadow Melt. Wenn ihr hier mal schaut, wir haben hier quasi diese große Koralle, wo quasi nichts außenrum ist, wo wir hochhoppen können. Da brauchen wir dann Special Items. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, irgendwo von hier oben mit dem Goblin Glider runterfliegen. Das könnt ihr machen. Möglichkeit 2 ist, dass ihr ein Toy euch holt. Und zwar heißt das hier Raketenhelm. Dann stellt ihr euch irgendwo hier in der Nähe hin. Drückt diesen Raketenhelm. Der schießt euch nach oben. Dann nehmt ihr den Goblin Glider und gleitet hier quasi hoch. Mit der Kombi kommt ihr auf jede Koralle drauf. Und wir kommen quasi auch mit der Kombi auf die Koralle da hinten hoch. Also die ich euch vorher zeigen wollte. Oh kacke. Also ja, man hätte halt gleich hier hinfliegen müssen. Jetzt bin ich weiter geflogen. Ist ja aber egal. Also ihr würdet hier auch hochkommen auf diese Koralle. Oder ihr macht es halt über diesen Weg hier einmal außenrum. Das ist aber ein bisschen umständlicher. Und dann müsstet ihr halt auch Goblin Glider benutzen. Oder ein Druid sein. DH oder solche Klassen. Genau. Das sind quasi diese drei Spots. Auf die ersten beiden kommt man easy hoch. Auf den, wie gesagt, wenn dann da im Kreis mit den Korallen rumhopfen. Oder wie bei dem oberen auch. Hier diesen komischen Raketenhelm nehmen. Und dann dementsprechend mit dem Goblin Glider. Oder ihr könnt auch wieder den Druid Sprung. Oder mit dem DH. Solche Geschichten nach vorne hüpfen. Einsetzen. Die anderen drei, wie gesagt, die kann ich nicht bestätigen. Da war ich noch nicht dran. Habt da auch noch nie einen Spawn gesehen. Ihr könnt ja mal in die Kommissare schreiben, ob ihr da irgendwas gesehen habt. Aber zur Not kommt ihr auch immer mit dieser Kombi hoch. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und zwar gibt es noch ein anderes Toy. Und zwar ist das irgendwas mit Gravitations. Genau. Gnomischer Gravitationsbrunnen. Damit könnt ihr euch auch hochschleudern. Da müsst ihr bei Inji sein und Kataklysm Inji und Gnomin Inji sein. Dann könnt ihr das usen und relativ oft da hochgehen. Oder ihr habt halt einfach den Ruf schon fertig und könnt fliegen. Dementsprechend können das wahrscheinlich die meisten in ein, zwei Wochen. Und dann hat sich die Sache auch. Dann kommt ihr ganz einfach hoch. Gut. Das war es jetzt mit dem Video. Ich mache jetzt eine Gruppe für lautlos auf. Um da noch ein paar Leute mit reinzubringen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.